Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute gibt es hier diesen kleinen süßen Wichtel. Ich zeige euch eben noch, welche Wolle ich benutzt habe, welche Häkelnadelstärke und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich war ich nie. Dann zeige ich euch einmal meine Wolle bzw. meine Farben. Ich benutze hier 100%ige Baumwolle. Ihr könnt natürlich jede andere Farbe nehmen, die ihr so zu Hause habt. Wichtig ist jedoch, dass ihr die passende Häkelnadelstärke zu eurer Wolle habt. Bei mir ist es eine 2 mm. Wir müssen mal gucken, ist das auch eine 2? Ja doch, das ist auch eine 2. Ich glaube, die liegt jetzt in der Hand. Ich muss nachher schauen, sonst wechsle ich einfach. Und ich beginne mit dem Körper. Mal hier einen kleinen Infimo modelliert. So soll der bei mir aussehen, so in etwa. Ihr könnt natürlich jede andere Wolle nehmen und die passende Häkelnadelstärke dazu. Nehmt ihr eine kleinere Häkelnadel, also eine dünnere Häkelnadelstärke, dann wird eure Arbeit am Ende etwas kleiner wie meine. Wollt ihr bewusst, dass am Ende euer Wichtel größer ist wie meiner, dann nehmt ihr am besten dickere Wolle und dementsprechend eine dickere, größere Häkelnadelstärke. So, wir beginnen mit einem magischen Ring. Den könnt ihr so mal, wie ihr den gelernt habt. Ich zeige ihn euch auch gerne nochmal. Ansonsten findet ihr in meinem Kanal aber auch ein Video ausführlich dazu. Also ich wickele den Faden zweimal um den Finger, gehe mit meiner Nadel einmal durch und entnehme das Ganze. Da ist mein Ring, womit ich arbeite. Und wir machen 6 Maschen. Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir schließen diesen Ring, also indem wir das Ganze zusammenziehen. Ich häkle in Spirale, das heißt, ich beende nicht mit einer Kettmasche, könnt ihr aber gerne machen. Das war Runde Nummer 1. Wir haben 6 feste Maschen. In der zweiten Runde werden wir jede Masche verdoppeln. Das heißt, wir müssen dann gleich insgesamt 12 haben. Wir gehen hier in die erste und machen hier unsere Nummer 1 und die Nummer 2. Wir gehen in die zweite Masche und machen hier unsere Nummer 3 und unsere Nummer 4. Wir gehen in die dritte Masche und machen Nummer 5 und die Nummer 6. Wir gehen in die vierte Masche und machen hier unsere Nummer 7 und unsere Nummer 8. Dann gehen wir in die fünfte Masche. Hier machen wir die Nummer 9 und die Nummer 10. Und in unsere sechste, in die letzte Masche. Da machen wir unsere Nummer 11 und die Nummer 12. Dann haben wir unsere zweite Runde fertig. In der dritten Runde werden wir jede zweite Masche verdoppeln. Wir haben aktuell 12 Maschen und dürfen dann gleich insgesamt 18 haben. Wir gehen in die Nummer 1, häkeln eine feste Masche. Dann gehen wir hier in die zweite und da machen wir 2 hinein, denn diese wird verdoppelt. Entweder legt ihr euch einen Markierungsfaden rein oder ihr zählt einfach jetzt mit mir mit. Also ihr habt hier die 1, dann die 2 und die 3. Hier kommt nur eine 4 und in die nächste wieder die 5 und die 6. In die nächste nur die 7 und danach die 8 und die 9. Dann nur die 10 und danach die 11 und die 12. Danach nur die 13 und in die nächste die Nummer 14 und die 15. Dann nur die 16 und in unsere letzte Masche, da machen wir unsere Nummer 17 und die 18. Jetzt dürftet ihr insgesamt 18 Maschen haben. Nun schaut das Ganze jetzt so aus. Das war Runde Nummer 3. Wir haben 18 Maschen. Jetzt nehme ich mir aber ein Markierungsfaden dazu, damit man hier nicht durcheinander kommt. So, in der nächsten Runde, in der Runde Nummer 4, da werden wir jede dritte Masche verdoppeln. Wir gehen hier in die erste, da machen wir eine feste Masche. Wir gehen in die zweite, da machen wir auch nur eine feste Masche. Und jetzt ist hier unsere Nummer 3, da machen wir 2 hinein, denn jede dritte Masche wird verdoppelt. Das machen wir bis hier vorne hin. Es sind insgesamt 6 Verdopplungen und somit dürften wir dann gleich insgesamt 24 Maschen haben. Nun haben wir 24 Maschen, wir nehmen die Markierung einmal hier raus und in der nächsten Runde, oder in den nächsten Runden, da häkeln wir nur feste Maschen. Und zwar machen wir insgesamt, ich muss überlegen, ich glaube wir machen 4 oder 5, vielleicht erstmal 4 Runden. 4 Runden lang feste Maschen, keine Zunahmen, keine Abnahmen und dann sehen wir uns gleich wieder und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch 1, 2 Runden dazu häkeln. Also die 24 Maschen bleiben bestehen. Nach 4 Runden schaut das Ganze so aus. Ja, ein bisschen soll es doch noch hoch. Ich mache aber auch nur eine Runde noch. Ihr könnt auch gerne 2 machen, wenn ihr es nicht so platt haben wollt. Aber mir gefällt es so eigentlich ganz gut. Deswegen mache ich ja insgesamt 5 Reihen und melde mich dann gleich noch bei euch. So, gehe dann hier in die nächste Masche, mache eine Kippmasche. Hm, ich möchte gerade nicht so ganz. So, jetzt eine Kippmasche. So, jetzt wieder den Faden durch und schneide das Ganze dann so ab. Oder vernähen wir das damit nachher. Hm, ich glaube ich habe eine andere Farbe. Also abschneiden. So, das ist dann, man kann nach hinten. So, und jetzt kann man hier, jetzt können wir hier den Bart machen. Und zwar, ja dafür nehme ich Weiß. Und die Knot ist hier oben dran. Könnt ihr natürlich so, wie sagt man, so lang machen, wie es euch gefällt. So, ich habe jetzt hier eine Wollnähnadel, habe unten einen Knoten dran gemacht. Und ihr könnt es natürlich so machen, wie ihr es wollt. Man kann das auch Ganze hier oben dran kleben, so ganz viele kleine Streifen. Ich versuche jetzt mal, gleich einmal mit dieser Hintermasche. So, und dann gehe ich in diese vordere Marsch. Also so versuche ich das jetzt mal zu machen. Und gucke, dass das alles so eh nicht gleich lang wird. Und dann gehe ich hier hinten hinein. Ich glaube, so kann ich es hinkriegen, dass sie alle gleich lang sind. Man kann es aber auch am Ende dann einfach schneiden, ne? Ah, nein, mal was ohne. Na, ich mache das jetzt so ein paar Mal. Ne, ihr seht ja, was passiert. Am Ende schneide ich das einfach hier auf. Ich mache das jetzt hier so ein paar Mal, bis das hier so voll genug ist. Und dann melde ich mich gleich. Schaut mal hier unten, ist es jetzt nicht gleich lang. Das muss ich dann noch machen, entweder gleich oder, ja, so wie es einem gefällt, ne? Genau, das hier oben sieht man ja dann am Ende nicht. Und das Näschen kommt dann gleich hier so drauf. So, die hier, die kann man übrigens auch aufdrehen. Das sieht auch ganz klasse aus, wenn ihr das mit anmacht. Nur mal so als Tipp. Einfach so auseinanderziehen. Ja, so, wir machen weiter. Wir machen einen magischen Ring. In diesem magischen Ring machen wir sechs Maschen. Zwei, zwei, drei, vier, fünf und Nummer sechs. Ziehen wir das Ganze zusammen. In der zweiten Runde werden wir jede dritte Masche verdoppeln. Somit müssten wir dann gleich insgesamt acht Maschen haben. Gehen hier in die erste, ekeln eine feste Masche. Gehen in die zweite, ekeln eine feste Masche. Gehen in die dritte. Die wird verdoppelt. Da machen wir zwei hinein. Dann wiederholen wir das Ganze noch einmal. Gehen in die erste, machen eine feste Masche. In die zweite, machen eine feste Masche. Und die dritte. Da machen wir zwei hinein. Und wenn ihr jetzt gleich zusammenzählt, dann dürftet ihr insgesamt acht Maschen haben. So, das Ganze ziehen wir zusammen. So, ich habe das jetzt aus. Wir häkeln zwei Runden lang nur feste Maschen. Ich mache jetzt einfach nur 16 feste Maschen. Dann weiß ich, okay, ich habe zwei Runden gehäkelt. Zwei, drei und so weiter bis zu 16. Nach zwei Runden schaut das Ganze so aus. Wir gehen dann hier in die nächste Masche. Machen eine Kettmasche. Lassen ein bisschen was dran an Faden, um das Ganze am Ende dran zu nähen. Und davon brauchen wir dann drei Stück. Wenn ihr das Ganze habt. Dann könnt ihr diese zwei hier so seitlich befestigen. Und eins für die Nase hier oben. Dann geht es weiter mit dem Hut. Dafür nehme ich jetzt Bisch. Wir machen einen magischen Ring. In diesem magischen Ring häkeln wir sechs Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. In der zweiten Runde häkeln wir sechs Maschen. Sechs feste Maschen, also jede Masche eine feste Masche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, und sechs. In der dritten Runde verdocken wir jede dritte Masche und dürften dann gleich insgesamt acht Maschen haben. Wir gehen in die erste Masche, eine feste Masche. In die zweite Masche, eine feste Masche, wir gehen in die dritte Masche, da machen wir zwei Knall. Das war die erste Verdocken, das war die erste Verdocken, und eine kommt noch dazu. In die erste Masche, eine feste Masche, in die zweite Masche, eine feste, und jetzt hier die dritte, da machen wir wieder zwei. Jetzt kommt Runde Nummer vier. In der vierten Runde werden wir in jede Masche eine feste Masche machen, somit bleiben die acht Maschen bestehen. Schaut jetzt so aus, hab's gedreht. Das kann man hier weiter so schließen. Die Rundenzahl, die schreibe ich euch einfach da oben hin. Und in der nächsten Runde werden wir jede vierte Masche verdoppeln, das heißt, wir haben aktuell acht Maschen und dürften dann gleich insgesamt zehn haben. Wir gehen in die erste, machen eine feste, wir gehen in die zweite Masche, machen eine feste, gehen in die dritte, eine feste, gehen in die vierte, da machen wir zwei hinein, denn diese wird verdoppelt. Und das wiederholen wir noch einmal, gehen in die erste Masche, eine feste, in die zweite Masche, eine feste, in die dritte Masche, eine feste, in die fünfte, ach kurz. Und das wird verdoppelt. So, nun haben wir zehn Maschen. In der nächsten Runde werden wir jede Masche, kommt eine feste Masche, also keine Verdoppelung, keine Abnahme. Ich hege jetzt einfach zehn Maschen. Ich würde jetzt ungern hier eine Markierung nehmen, sonst ist mir das, ist mir alles noch sehr übersichtlich. Und das wird dann auch sehr eng. Also ich hege jetzt einfach zehn feste Maschen in der nächsten Runde und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt schaut das so aus. Jetzt wird jede fünfte Masche verdoppelt, das heißt wieder zweimal und dann dürften wir gleich insgesamt zwölf Maschen haben. Wir gehen in die erste, eine feste Masche, in die zweite, eine feste, in die dritte, eine feste, die vierte, da kommt eine feste Masche. Und jetzt kommt die Nummer fünf, da machen wir zwei hinein. Das wiederholen wir noch einmal, also nochmal, dann sehen wir uns gleich wieder. Hier wird wieder die fünfte verdoppelt. So, wir haben zwölf Maschen. In der nächsten Runde, also einen Markierungsfaden habe ich jetzt reingelegt und in der nächsten Runde verdoppen wir jede sechste Masche. Das sind wieder zweimal, einmal bis zur Markierung und dann sehen wir uns gleich wieder, jede sechste Masche wird verdoppelt. Nun haben wir 14 Maschen, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede siebte Masche und somit dürften wir gleich 16 Maschen haben, wenn wir wieder an unsere Markierung angelangt sind. Und jede siebte Masche wird verdoppelt. Und wir nehmen die nochmal hier hoch. In der nächsten Runde jede achte Masche wird verdoppelt, somit müssten wir dann insgesamt 18 Maschen haben. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede neunte Masche und wir dürfen dann gleich am Ende, wenn wir hier wieder angelangt sind, insgesamt 20 Maschen haben. Und wir wollen noch in die Breite gehen, noch mehr in die Breite. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede zehnte Masche, somit dürften wir dann gleich 22 Maschen haben. Jede zehnte Masche wird verdoppelt. Und weiter in der nächsten Runde verdoppeln wir jede elfte Masche, somit dürften wir gleich 24 Maschen haben. Einen... ... ... ... markierung habe ich schon nach oben geholt in den nächsten oder verdoppeln wie jede zwölfte masche und somit dürfen wir gleich insgesamt 26 menschen haben jede zwölfte wird verdoppelt nach oben holen in der nächsten runde verdoppeln wir jede dreizehnter masche und dürften insgesamt 28 maschen haben jede dreizehnte ist eine verdoppelung und gehen weiter in die breite jede 15 masche wird verdoppelt und somit müssten wir gleich 30 maschen dann Und ich möchte weiter in die Breite. Falls es euch reicht, ist es okay, aber ich möchte gerne noch ein bisschen breiter werden. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede 15. Masche und wir dürften gleich, wenn unsere Markierung angelangt sind, insgesamt 32 Maschen haben. Also jede 15. Masche wird verdoppelt. Nun haben wir 32 Maschen. Ich gehe jetzt hier noch in die nächste Masche, mache eine Kettmasche und Faden durchziehen. Ein bisschen mehr, denn das benutze ich dann später zum Vernähen. Und am besten macht ihr das so, also ihr nehmt die Wollnähnadel, macht die hier dran, dann geht ihr hier entweder durch die erste und die zweite, näht das zum Beispiel hier so ein bisschen hinein, ja, zieht den Faden durch. Dann habt ihr den schon mal hier drinnen und dann könnt ihr das Stück viel besser hier so dran nähen. Genau, vorher vielleicht das Nähchen noch hier so dran machen, dann kommt das Ganze so da drauf. Dann schaut das so aus. Ich werde das Ganze zusammennähen und dann melde ich mich gleich mit dem Ergebnis. Füllmaterial könnt ihr ganz gut geben und einfach bei Amazon bestellen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, dann bis gleich. Ihr Lieben, schaut mal, mein Wichtel ist fertig. Ich glaube, ich mache dann noch aus Fimo und man kann auch aus Papier ein Herz. Natürlich kann man diesen auch häkeln. Da findet ihr auch eine Häkelnanleitung zu. So ein kleines Herzchen ist auch recht schnell gemacht. Aber so schaut das ganze Ergebnis aus. Und ich finde den total süß. Ich glaube, davon werde ich noch ganz viel andere machen mit anderen Farben und vielleicht die Mütze in zwei oder drei Farben. Ja, total cool. Hoffe, dass es euch gefallen hat und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.